Hallo! Hallo! Einmal Spaghetti und Bonana. Ja, danke vielmals. Und sonst, wie geht's dir so? Gut, und dir? Ja, nein, also gut. Ich arbeite jetzt hier zu Hause im Homeoffice. Du hast halt keinen Kontakt mit anderen, aber es geht mir gut. Ausser, dass ich halt mega, mega, mega allein bin. Wie heisst du eigentlich? Ähm, Simon. Okay, Simon, Simon, Simon. Hey, danke Simon, dass du trotz dem Virus so, dass du einfach jeden Tag noch unterwegs bist. Ich meine, das ist sicher auch schwer für dich. Du musst einfach zu Leuten nach Hause gehen, weisst du nicht, wie die drauf sind. Vielleicht sind es ja psychos. Ich muss langsam weiter. Kannst du eigentlich noch ... Ah, ja, sicher. Ich gebe das Geld gerade. Schau, ich habe hier ein wenig viel Münze, aber ich hoffe, das ist okay für dich. Du musst es halt zählen. Was ist das Problem? Hey, und darf ich fragen, Simon, was bist du für ein Sternzeichen? Äh, Wassermal. Wassermal? Ja. Ich habe es gewusst. Ich habe gemerkt, dass wir das gut verstehen. Und Zwillinge können ja gut mit Wassermännern. Ich bin eben Zwilling. Man sagt auch über uns. Wir sind sehr kontaktfreudig. Wir sind so ein wenig Party-People auch. Sorry, es fehlen. 1,20. Ah, sorry. Ich dachte, das stimmt. Sorry, ich komme gerade. Das ist der Rest. Und sonst, was läuft so? Du bist schon lange bei Jusis. So, ich muss gehen. Danke, gell. Simon, Simon. Willst du auch essen? Nein, soll ich uns gehen. Aber es ist mega fein. Ich habe schon gegessen. Ich zahle, dass du doppelt dort bleibst. Das ist mega fein. Schön Salve. Untertitelung. BR 2018